So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal ist das Unboxing meiner Bestellung von Beisel das Thema und ich will jetzt einfach mal anfangen das Zeug auszupacken. Dann fangen wir hier mit dieser etwas größeren Kiste an. Also bestellt wurde für 311 Euro. Dann schauen wir mal was da alles drin ist. Big Fleshing Thunder müssen 10 Pack sein. Und das sind die Großen diesmal die 1.3er. Ich hatte bisher immer nur die Kleinen und das sind jetzt die Großen, das müssten 8 Packungen sein. Big Fleshing Thunder, also 80 Stück insgesamt. Dann geht es weiter mit der bösen Sekretärin von Leslie. Also ich kann die Batterien böse nur wirklich empfehlen. Es sind insgesamt 4 Stück, das sind jetzt nur 2. Die sind wirklich der absolute Knaller. Also egal welche von Böse, egal ob es böse Schwester, böse Nachbarin, böse Sekretärin. Also alles der Hammer. Dann haben wir 4 Pack Thunder, Power Pack, das sind 4 Stück, sehr genau. Also auch 1.3, das ist ein Grund war, das war ja dann der Hauptgrund warum ich sie überhaupt abgeholt habe. 4 Pack, ist so ein bisschen geplant für dieses Jahr und für das nächste Jahr. So, dann geht es weiter mit der nächsten. Kleine Küste. Das sind die Bombenrohre. Red Star. 6 Stück. Die sind riesig, die sind wirklich riesig. Also 6 Stück. Und das gleich nochmal in blau, nein, hier sind die goldene noch drin. Also auch 6 goldene. Also wirklich, absolut riesig die Teile. Ich glaube da wird das nächste Mal eine VE bestellt. So, also 12 Bombenrohre. Da kommen dann nochmal 6 blaue dazu. Die dürfte wahrscheinlich ein Deezer drin sein. Weiter geht es mit der Minimum-Kiste. So. So. Da haben wir 4 Pack Thunder Kong. 8 Vulkane. Also auch 1.3 Artikel. So. Dann haben wir 8 Vulkane. 1.3 Artikel von Panda. Die Lucifer. Einmal in Silber und Rot. 4 Stück. Und 4 Stück in Gold. Auch groß. Wirklich. Auch gutes Gewicht. 200 Gramm nebendrin. Echt top. Jeweils 4 Stück. Also Silber, Gold. Silber, Silber, Gold, Silber, Gold. Ich habe dann letztes Mal schon einen tollen Tisch. Der extra hergestellt, der extra bearbeitet wurde, dass ich hier basteln kann. Und dann müssen hier jetzt, genau, die blauen sein. Blue Star. Ja, perfekt. Von Diamond. Also wirklich riesig. Also wirklich. Ich hatte ja schonmal die Big Bangs. Die waren glaube ich nicht zu groß. Hat ja auch Kaliber 50 glaube ich. Das müsste es sein. Naja, nachher mal für das Abschlussbild. Schön hinstellen. Das sieht ja katastrophal aus. Das ist auch mal ein bisschen sortiert. Ein bisschen aufgeräumt. Das ist jetzt der Stand. Jetzt kommen noch zwei Pakete. Das ist noch von der Vorbestellung. Und das ist von gestern Abend. Bei der Produktvorführung. Quasi spontan noch gekauft. Das machen wir für 50 Euro. Spontan. Naja, Service-Destinal haben wir auch. Hier haben wir noch mal zwei böse Sekretärinnen. So wie zweimal der böse Opa. Von Leslie auch eine richtig dicke Batterie. Also wirklich. Böser Opa. 25 Schuss. Wir haben ja neben. 30... Nein, 7,5 Gramm neben drin. Also das ist wirklich ordentlich. Und das ganze für knapp. 8 Euro oder sowas. Und dann natürlich. Also mein absolutes Highlight dieses Jahr. Das sind die Flashbangs von Nico. 10 Pack. A10 Stück. Also 100 Flashbangs. Das ist wirklich. Auf die warte ich glaube ich schon seit sie raus sind. Dieses Jahr habe ich sie. Bin wirklich gespannt wie sie sind. Hab sehr viel Positives gehört. Sehr viel Gutes. Und wir werden jetzt. Dieses Jahr mal auf Herz auf Nieren. Auf Herz und Nieren geprüft. 10 Pack. Also insgesamt. 900 Stück. Kommen wir zum letzten. Zum größten Paket. Ähm. Es sind glaube ich vier Artikel drin. Also. Es ist auch extrem leicht. Es ist auch extrem leicht. Da wir das so groß ist. Verklebt. So. Hier haben wir einmal das Läuftsortiment. Was das ab 50 Euro. Bestellbar dazu gab. umsonst. So ein Pyrokreisel drin. Das ist halt. Überraschungsvorkan. Das ist eine kleine Fontaine halt. Das ist wahrscheinlich ein Set für 5 Euro. Knallfurter sind glaube ich auch drin. So. Dann haben wir. Dann haben wir. Zweimal. Die. Sava. 25 Schuss. Mit Gold. Mit Gold halt. Im Fächer so ein bisschen. Da haben wir zwei Stück. Dann haben wir. Tanz der Vampire. Zwei Schuss. So. Wirklich eine super Batterie. Und. Die muss einfach irgendwie. Gehört immer dazu. Und dann. Hier haben wir hier von. Von Leslie. Die Longbow Silver. Die hat mir beim Vorschießen extrem gut gefallen. 20 Schuss. 500 Gramm nehmen. Also eine große Batterie. Die hat auch glaube ich. Ja. Knapp. 25 Euro gekostet. 22,50 glaube ich. Aber die sah richtig. 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 Gut aus. Da bin ich wirklich mal gespannt. Wie die aussieht. So. Das war. Das Unboxing. Der. Beisel Bestellung. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Weitere Videos folgen definitiv in den nächsten Tagen. Und auch. Später dann noch. Wenn wir wirklich viele Artikel. Das wird alles aufnehmen. Wir werden hier hochgeladen. Das war noch. Viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut euch die anderen Videos ein. Und freut euch auf morgen. Da geht es dann weiter. Ich bin weg. Machts gut. Haut rein. Ciao. Ich habe die remote, zwei Minuten zur дома. Ich brauche mich nicht mehr. Und dann commentate doch aufにիgit.